Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Bank und sagen, ich möchte jeden Monat 1.000 Euro leihen. Wann zahlen Sie zurück? Ja, nie. Viel Glück. Martin Armstrong ist einer der Investitionsberater der USA. Weiß er mehr als alle Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler zusammen? Er predigte den Top in dem Nikkei-Index. Er predigte, dass es ein Crash in den Stocks-Markten gäbe. Obwohl, diese Predigung war korrekt. Politiker waren dann als korrekt, wie sie heute sind. Die, die wissen, dass sie etwas invaden werden, beginnen, die Geld in advance zu verbreiten. Alle wollten seinen Code, der die Weltökonomie erschreckend präzise vorhersagen kann. Wir wollen den Sourcencode. Ich habe es nicht geschafft. Martin Armstrong wurde 1999 verhaftet und ohne Prozess für zwölf Jahre weggesperrt. Der größte Finanzskandal des 20. Jahrhunderts. Wollte man einen Unbequemen zum Schweigen bringen? Wir fühlten uns nicht, dass er nie rauskommt. Staaten machen Milliarden Schulden. Doch wer zahlt dafür? Hat Martin Armstrong eine Lösung? Oh, das war's.